Hi Leute, ich bin David Feldmann, ich bin 24 Jahre alt, spiele die Position des Shooting Guards, bin 1,86 Meter groß, gehe jetzt in meine dritte Saison hier in Bochum und freue mich schon tierisch drauf, weil es für mich nichts schöneres gibt, als für seine Heimatstadt zu spielen. Ich glaube, dass wir sehr viel erreichen können mit unserem Team dieses Jahr, weil wir uns perfekt verstärkt haben und bin sehr optimistisch für die nächste Saison.